Das Battle.net rein und dann auffällt Tee, wo ich die stinke Orks gegen Human seh. Dann Sprung mitten rein in'n coolen Fight, wo der Blader schnetzelt, ziemlich tight. Büro anstatt und dann ab zum Creepen, doch die Items, die ich finde, das sind alles Nieten. Wir kämpfen mit Trollen und wir kämpfen mit Ogern, auf'm anderen Bildschirm noch ein bisschen pokern. Die Siegerpose schon am Start, Disconnect, weil die Hälfte im B-Net nur noch Disc-hackt. Ich schreie auf und ich raste aus, der Frust, der musste jetzt einfach mal raus. Das ist Warcraft, egal ob als Pro oder Noob, von Warcraft kriegt man einfach nicht genug. Das ist Warcraft, der Phil und dich am Start, ich sage euch, das wird ziemlich hart. Das ist Warcraft, egal ob als Pro oder Noob, von Warcraft kriegt man einfach nicht genug. Das ist Warcraft, der Phil und dich am Start, diese Sendung, die wird ziemlich hart. Hi, herzlich willkommen hier in der WC3L, sondern am heutigen Tag, es ist ein Mittwoch, es ist 15 Uhr und niemand geringer ist als der Konrad. Und der Phil. Kleinhals und natürlich auch meine Wichtigkeit sind hier dabei, um euch den Nachmittag zu versüßen. Und ja, ich wollte dich eben noch beschreiben und zwar unserem Praktikanten, der nicht genau wusste, wer Konrad ist, dann habe ich gesagt, mir fällt überhaupt nichts ein, um dich zu beschreiben natürlich. Und er meinte, meinst du den, der, wenn er keine Ohren hätte, so im Kreis grinsen würde, quasi im ganzen Kopf, weil er hat so ein breites Grinsen, das geht bis hier oben, ja. Ja, nice.